Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Genau, wir kamen hier jetzt gerade raus und haben eine Quest bekommen, dass wir bei Ingmik, Lord of Nimilton City, eine Schriftrolle von Lord Asgarik auf Lionel. Und die wir dann hier zurückbringen, ähm, wer das geklaut hat, ist in der Magiergilde am Warten. Also müssen wir hier mal suchen. Nein, oder? Warte mal. Lionelton? Was, Lionelton? ich gucke lieber noch mal nach und noch mal ganz ganz sicher zu gehen dass das auch die richtige quest ist nein genau richtig war schon richtig dass wir hier in leine können hier zum tage neben reisen oder ein dann gehen wir zur magier gilde und auch wieder zurück so ist noch hell so du sag mal magier gilde wo ist denn die papier okay alles klar dann gehen wir da entlang da ist sie ja schon gut zu wissen dass man die so schnell hier finden kann nur wo ist der eingang das sieht nach einem eingang aus da müsste der magier sein guten tag ja wir hier for the scroll i'm right it is tell lord in make i say thank you okay so schnell erledigt und wieder raus und dann müssen wir wieder zurück so in skyrim äh wie hieß das nochmal wo wir in nimmelton city genau ja und los ich hoffe wir sind jetzt nicht doch in der nacht wo war nochmal der königshaus hier im süden war es richtig genau ganz weit im süden ich werde auf der anderen seite da egal wir laufen einfach mal die wand entlang hier dann können was gegen waren wäre vielleicht unterwegs noch von ihm jemand angegriffen attackiert welche habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder goblins oder ratten wir sind schon lange nicht mehr auf dessen niveau dass wir gar nichts mehr mit denen zu tun haben werden oder fast nichts mehr dass wir jetzt nur noch mit diesen miotauren ghoulen und so weiter zu tun haben meine vermutung meine einschätzung da haben wir das königshaus kann ich schon rein was sagt denn die uhr 3 uhr 48 ja was machen wir denn derzeit moin du sag mal wo ist das nächste inn nearest inn äh oh you'll find that north east of here ok dank schön boah haben die mich jetzt erschrocken die haben mich ja richtig erschrocken mich echt nicht erwartet dass die jetzt so kommen wie viel können wir tragen und 41 gold noch mal das war wirklich das war richtig jetzt so überraschend ich glaube dass das schon eine taverne sieht sehr tavernig aus und nein waffenladen jetzt tun jetzt so 44 gold so da müssen wir uns noch eben kurz noch mal heilen kann aber auch eigentlich die nacht hier draußen verbringen ein bisschen skillpunkte sammeln ähm you are currently carrying 155 kg out of 164 okay viel können wir auch nicht mehr tragen temple bitte seine taverne nein waffenladen aber ich brauche jetzt dringend mal äh hier eine taverne du sag mal nearest inn äh nord nördlich von hier okay einfach richtung norden irgendwann kommt ja eine taverne bestimmt keine taverne auch keine du sag mal wo ist jetzt der nächste inn komm das äh ah nice der hat es mir aufgeschrieben so denn der tanzende ogre okay da ist der herz hat eine spinne ich bin jetzt paralysiert und er hat nichts hier müsste er schon langsam sein irgendwo äh oder ach ich bin schon längst dran vorbei der muss dann hier irgendwo sein ne ja das hier müsste der sein da wären wir joa was sagt die uhr die uhr 28 90 ah das geht in ordnung so würde ich sagen wir pennen hier für eine stunde auf der rune klingelt so dann können wir hier für eine stunde pen dann müsste es hier doch rausgehen ne ja das hell genug finde ich wo waren noch mal der dingens hier genau ganz im süden südwesten von hier kann sein dass wir noch mal attackiert werden unterwegs nicht von dem da zum glück wo ist denn der wo ist denn der da ist denn der so kann ich jetzt rein ah immer noch zu was sagt die uhr 5.42 so was machen wir jetzt so lange da laufen wir hier ein bisschen noch rum das hier ist ja auf jeden fall groß genug zum rumlaufen nur was sagt die uhr das geht gar nicht um und dann langsam schon 6 uhr werden hat die nix gegen ja ist immer noch zu ja level up nice fünf punkte aber wir müssen mehr hier auf und damit sind wir doch plus 4 wieder lassen wir so den rest packen wir hier mal rein aber glück bringt uns hier mehr ja you might assume this to be a chance encounter with a hostile spider but not one carrying the colors of queen morgne remove of her involvement in your quest are apparently true ja okay hat das jetzt warte mal hat das jetzt hier mit was zu tun you have been hired by ingmig lord of nimmelden city to recover his scroll from lord asgari of lynalton a representative a representative will be waiting for you in the major's guild you must have scroll you must have scrolled in the lord's hands by sundas 6th of sunset warte mal habe ich ihn nicht mehr ich weiß jetzt nicht ob das hier sehen kann so habe ich ihn noch okay this item can't be equipped this item is needed to complete your quest see your logbook okay also wir haben es noch und was sagt die uhr auf 2 minuten sind wir wieder attackiert nö come on 6 uhr eins ja ist auch nice ja kennen wir alles hallo hallo ich bin's hi ja ich weiß ich bin's dankeschön dankeschön hey ich bin's ja ich bin's glade to see you found my scroll you have my thanks for your timely return and the 2136 gold pieces i promise you you will not be soon forgotten in this cult nice wir haben es also geschafft joe laufen auch schon wieder ganz schön viele leute rum so wir haben es jetzt auch 6 uhr 7 abgesehen von der einen hauptquest haben wir jetzt glaube ich nicht zu offen und wir müssen dafür nach winterhold das würde elf tage brauchen bis wir dort sind also sagen wir reisen da mal hin joe you have arrived in the city state of winterhold in skyrim province the date is midas 23rd of midyear in the year 3rd era 390 it took 11 days to reach your goal we welcome you to winterhold let travelers find warmth within our worlds let's chat and just find us worthy und es wieder nacht 7 uhr 8 am abend so dann suchen wir uns eben ganz schnell nach taverne gelb müssten wir auch schon mittlerweile sehr viel haben und sind eigentlich hinterhold hier also winterfeste hier scheint es schon sehr sehr riesig zu sein ist auch interessant dass irgendwie gefühlt in jeder stadt das wasser im süden oder im westen oder im südwesten aber hier müssen wir auf jeden fall noch hin jetzt brauchen wir aber wirklich dringende taverne das sieht sehr tavernig aus aber ist es nicht das sieht aus der taverne hier aus oder das komm bitte sag mir dass du ne taverne bist keine taverne nein auch nicht ah taverne nice da können wir eben wegstecken dann würde ich sagen holen wir uns hier auch nochmal ins zimmer ja eine nacht ja und dann pennen wir hier bis 6 uhr ungefähr das ist auch ein interessantes zimmer so und königshaus war südosten also können wir hier einfach spüren die ganze zeit geradeaus und dann wieder nach links ein bisschen ja komm dann vorbei so das sieht schon nach stadtmauer aus also muss es hier gleich vorne sein nicht hier das sieht schon nach das sieht schon nach das sieht schon nach das ist Even though the clouds outside have made everything seem dull and grey, you find that the interior is brightly lit and cheerful. Ahead of you waits a rain, day of Winterhold. It is well known that Winterhold is currently at peace with its neighbor Winterhelm. Welcome to Winterhold, Maxdeos. A pity, the day is so overcast. I assure you the beauties of Winterhold in the bright summer sunshine. I answer pass. On the other hand, I am glad you arrived, for I am looking for someone your talents to recover something from me. I promise an appropriate award in gold. Please allow me to give you the details. Yes? Okay. Some months ago, for reasons to mild in the muck of politics to explain, I guess the Necromancers in Dunsted wrote this banner of mine. It has become extremely important to get this banner back in Winterhold. I understand you will find a representative of the Necromancers in Dunsted Grove, which is 42 days by force to the east and back. I do not know whether or not the rumors that the Magusguide wants to keep the banner in Dunsted Grove are true. There could be some resistance along the way to dirty Orga in Dunsted Grove. I am prepared to offer you 6750 gold if that banner is here in the palace by Sundas. Six of last scene. Can I count on your lap? I am happy to make you my champion, Maxtius, but I will be happier still when this business is behind us. Thank you young Moth and good luck. Has it been a while with the Hauptquest to do with any advice now? Or is that just a certain part of the way that I have accomplished at the end of your ship? Nothing. I'm happy to find out last島. What is this? I am happy to find out of my dungeon. I am happy to find out of my dungeon. Recover his banner from the necromancers of Dunstead Grove. A representative will be waiting for you in Dirty Ogre. You must have banner in the king's hands by Sundar's 6th of last seed. Dirty Ogre in Dunstead Grove. Okay, Dunstead Grove soll aber auf Östlich von hier sein. Ja, es ist richtig schön östlich von hier. Der hat ja gesagt East, nicht West. So, Fifty Days, okay. Drei Zitale. Reisen wir hin. Und dann suchen wir diesen Laden. Die Taverne. Die er meinte. So, moin. Ah, warte. Dancing Ogre hieß der, glaube ich, oder? So, äh. Nein, Dirty Ogre. Der dreckige Ogre. So, okay. Wo ist... In... Dirty Ogre. Let's South West of here. Last time I checked. Okay. Südwestlich von hier. Okay. Müssen wir ein paar Leute mehr fragen, ob das ist. Und dann wieder zurück nach Winterhold. So, du, sag mal. Dirty Ogre, wo ist der? Äh, go west for a while and ask there. Okay. Ist das hier der Dirty Ogre? Dirty Ogre. Ja, Mann. Nice. Ich glaube, er ist der Repräsentant dafür. Aber du bist hier für den Banner. Am I right? Ja, es ist. Falking Errein. I said, thank you. Before you reach the bar, a remarkably enigmatic woman called Ulralf signals to you and speaks in a conspirational whisper. Good lord, if you could use 200 for gold pieces, hear me out. There is a certain person in Haunted Castle who has something of my sieges, a letter of introduction. I loaned this letter of introduction a few weeks ago and now I discovered my siege is returning to Dunstead Grove early. Until dusk. Eighth of Sun's 8. Would you get this letter of introduction for me? You would have my gratitude and turn forward. Nein, we... Wollen wir nicht. Really? You won't help me? Then do me one favor. Don't let anyone know what I talk to you about. Goodbye. Aber werden wir nichts erzählen. Wir sind zwar ein Geldgieriger, aber wir arbeiten nicht für lau. Für lau machen wir nichts. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück nach Winterhold. Und los. Ja, sieht so aus, als wäre es Nacht. Aua. Was bist du denn? So einer. So ein Empfangskomitee habe ich jetzt nicht hier um diese Uhrzeit erwartet. Ja. Mann, Dolch. Kein Arschluss. So. Ja. Wo warten? Genau, im Süden. Was sagt die Uhr? Ab Uhr abends. Ah, also Taverne. Wir brauchen dann wieder eine Taverne. Vielleicht ist hier eine. Nee. Leider nicht. Na, wird langsam. Ja, Taverne gefunden. Was? Toll? Ach, nö. Wo kommt der denn hier? Hat aber einen Dolch. So. Dann stecken wir Waffe wieder ein. Neun. Zimmer. Ja. Eine reicht. Ja. Zehn Gold hier. Bitteschön. So. Und dann penneln wir. Sagen wir mal. 8 Stunden. Der Battle-Mate bevor du beherst die Farbe des Mages ist geil. Wahrscheinlich. Die Intention ist obvious. Deine Quest ist nicht zu bequelt. Was? Warte, warte, was? Haben wir noch einen Banner? Was willst du jetzt hier? Ich will jetzt den Typen da neben ihm, den Barkeeper, nicht auch noch erwischen. Aber der hat... Nein! Ich will jetzt den Typen da neben ihm, den Barkeeper, nicht auch noch erwischt. 21. Nein, das. So. Okay. Dann suchen wir uns mal ein Zimmer. Und gehen direkt in das Zimmer rein. So. Kämpfe vorbei. Sagen wir sechs Stunden. Äh. Ja. Kannst du mal sterben? Mace kann ich auch nicht mehr tragen. Schade. Kämpfe vorbei. Noch mal sechs. Äh. Digga, wo kommt die jetzt? Aber beide. Digga? Ah, nee. Nicht mehr. Mace kann ich nicht mehr. So. Zwei Stunden noch. Ja. Haben wir geschafft. Der Barkeeper tut mir jetzt auch wieder live. Ich darf hinter mir wieder sauber machen. So. Aber dann gehen wir dafür wieder jetzt Richtung Süden. Geben die Quest hier ab. Und dann sehen wir, was wir dafür kriegen. Ob das jetzt uns auch weiterhilft bezüglich, äh, der Hauptquest gegen Labyrinthion. Oder ob das jetzt nur so eine Nebenquest war, die uns nur viel Gold einbringt. Ich bin glücklich, dass Sie in meinem Banner gefunden haben. Ich gebe meine Dank für Ihre zeitliche Rückkehr und die 6.750 Gold-Piezen. Ich versuche es dir. Du wirst nicht in diesem Körbchen vergessen. Wie jetzt. Aber wir haben 23.000 Gold? Mal hin. Ich habe mich jetzt auch nicht. Ich habe es wirklich weitergegangen. Moin, kann ich mit dir vielleicht quatschen? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir in der nächsten Folge rauszufinden, was wir tun müssen, um etwas über Labyrinthion rauszufinden. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. chilly aus。 Ich bin's, uer Max Deus. Ich bin's, ich bin'sa. Untertitelung des ZDF, 2020